Es war ein Privileg, da zu sein. Wir hatten den Eindruck, dass viele Menschen der DDR geradezu hungrig waren auf Konzerte von Künstlern aus Westdeutschland. Das näherte auch ihre Hoffnung. Wir waren gleichzeitig auch der Klassenfeind. Die Stars genießen die große Aufmerksamkeit in der DDR und das Publikum ist den Künstlern dankbar, dass sie gekommen sind. Nana Muskuris Lied der Freiheit wird ein Triumph. Ich hatte das Glück in die Gesichter gesehen und sie hatten keine Angst mehr. Das ist, was ich wirklich gesucht hatte. Das ist der Grund, weil ich wollte gehen, auch in die DDR. Ich glaube, dass jeder Mensch in der Halle... Ich fühlte die Weine. Alles, was du brauchst, ist Liebe.